Er wird mit uns verliehen. Was sind die Fliegenden-Oktopus-Viecher? Wir haben nicht mit uns verliehen. Du wirst nicht schlafen. Jeremiah, es ist gut, dass du dich auf und auf sehen kannst. Wahrscheinlich. Es fühlt sich so, dass ich noch nie schlafen habe. Aber ich bin noch ziemlich weich. Komm, sitz kurz und erzähl mir, was Probleme meine Zähnchen haben. Ah, ja, Bruder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh Gott. 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 nach. Oh Gott, nein! Scheiße, soll ich das nicht schaffen? Toll. Du ekelhafter Bastard. Alter. Ach, scheiße. Ja, nochmal. Oh Gott. Ja, ja, okay. Haste, ist klar, ist klar. Ich haste mal. Äh! Ach, scheiße. Oh Gott, was ist das so unmachbar, hey? Ja, komm, ist klar. Ich muss mir die Bombe anschauen hier. Ja, ja, es ist... Ja, ja, die Missgeburte. Ganz ehrlich. Hasten, hasten, hasten. Bam, bam, bam. Okay, okay. Es ist nur mit Hastie schaffen. Silver Bullets, Silver Bullets. Silver Bullets! Hab ich. Hast du Silver Bullets? Oh! Komm! Komm! Nein! Fuck. Komm, komm, komm. Oh, lad nach. Jetzt haben wir keine Silver Bullets mehr. Kann das sein? Ist denn das die Möglichkeit? Oh, fuck. Was ist das? Was ist das? Jawohl. Jawohl. Und jetzt, was mache ich? Ach, guck hier. Ich habe einen Stein. Jawohl, ich habe einen Stein zurück. Geil. Okay, okay. Und jetzt? Ich nehme die Sente. Ich nehme die Sente. Sente, 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 Sente. Kaffee! Nein! Ja! 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 Oh! Was ist das? Nein, 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 nein. Dreh dich um, dreh dich um. Nein, 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 nein. Oh! Und jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr, was los ist. Oh! Oh Gott, da wird jemand lebendig begraben. Oh fuck, oh fuck. Oh Gott, wir sind in unserem Zimmer. Hours later, new journal entry. Was war das denn jetzt alles? Was war das für ein Biest? Oh, und es regnet draußen, es plätschert. Oh, Aaron, da ist er. Der Aaron. Oh Gott, oh Gott. Oh, mein Gott, was ein Stress. Ich trau mich gar nicht. Oh. Okay. Okay, ich mach hier ein Päuschen, bevor es hier weitergeht. Das war jetzt eine Menge Action hier. Die Frage ist, okay, Ambrose ist tot, definitiv. Das ist schon mal gut. Was war das für ein Biest, was war das für eine Zwischensequenz? Bei den stehenden Steinen ist wohl eine lebendige Leiche. Also jemand lebendig begraben worden, meine ich. Und ja, wie hängt das zusammen? Gut, dann verabschiede ich mich. Bis gleich oder zum nächsten Mal. So, also da bin ich wieder. Dann wollen wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht, weil wir haben ja eben gerade Ambrose getötet. Und haben eine unheimliche Begegnung mit einem riesigen Biest. Oh Gott. Die Statue ist umgekippt. Äh, erlebt. Oh, hallo. Jetzt wollen wir wissen, was es damit auf sich hat. Es ist schade über Jeremiah. Ich bin sicher, dass er gewollt hätte, dieses Mysterium zu lösen. Er hat immer versucht, das Familienproblem zu lösen, selbst wenn er schrecklich krank ist. Vielleicht kannst du ein paar Kluge zwischen den Etagen in seinem Raum finden. Regen plätschert gegen das Anwesen. Und der gute Mann räumt auf hier. Hier ist gejammt. Jetzt müssen wir nur wissen, wo Jeremias Zimmer ist. Hm. Okay. Hier war auch... Hier ist Beth... äh, Bethany. Du brauchst Bethany's Room-Key. Okay. Und es... Und es regnet überall auf das Haus. Man hört es an vielen Stellen. Hier ist der Kluge. Hier ist der Studium-Key. Okay. Studium, studium, dann geht es nur hier entlang. Oh, hallo. Oh, fuck it. Oh, oh, oh. Okay, okay. Ah, ah, komm her. Yes. Oh. Was ist das für ein hässliches Biest? Ah. Stirb. Geht weg. Nein. Scheiße, ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Oh Gott. Ich hing hier fest. Iiiiih, was ist das denn? Die hängen mich irgendwie... An irgendwas erinnern, an die mich. An irgendeinen anderen Monster. Ah, das ist irgendwo... Oh. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oh. Hallo. Oh Gott, die haben ja einen vollen Gesicht, ey. Oh. Oh. Go away. Oh, scheiße. Alter, sind... Sind ganz schön hartnäckig, die Viecher hier. Krasse Scheiße. Boah. Komm, lad nach. Äh, health, health, health. Machen wir mal ein Päckchen. Uh, ist das nächste? Nein. Ja, ja. Ja, ja. Oh. Ladebildschirm. Hallo. Da ist ein großer Raum. Da ist wieder viel Platz und ein Fenster, durch das sie hereinbrechen bestimmt. Ich weiß es ganz genau. Ach, Jeremiah. Hm. Normalerweise war hier Jeremiah. Ah, oder hier. Jetzt die Frage, wohin? Oh Gott. Eine sehr schöne Geräuschkulisse, wie ich finde. Ich liebe das Geräusch von fallendem Regen. Oh. Was? Da. Die Rücken, die einem auf die Pelle hängt. Unfassbar. Ah, ich schieße dir ins Gesicht. Komm her. Ey, krass. Da kann, äh. Wenn die einmal an dir dran sind, dann kriegst du nicht mehr vom Arsch weg. Oh, komm. Oh, oh Gott, oh Gott. Ich hab's genau gehört. Ich nenne jetzt mal die Shotgun. Ach, guck hier. Ich hab ja noch die Dinger. Sehr geil. Die Skulls. Aber die machen mir auch weh. Wenn ich die nicht in die Welt genug weg bin. Von der Explosion. Da vorne. Jetzt den krieg ich locker. Ja, Mann. So, und nicht anders. Bäm. Cool. Ich liebe die Viecher. So geil. Okay, ist nichts mehr. Hier ist Jeremiah's Zimmer. Was ist das hier komisches? Sieht ja strange aus hier. Schauen wir erst mal hier. Okay. Dann ab in Jeremiah's Zimmer. Mal schauen, was uns da erwartet. Aber erst mach ich noch den hier. Oh, mein, oh, mein. Hier wurde er geköpft. Vom Evil Ambrose. Oh, hallo. Sehr schön. Jede Menge Kunst an der Wand. Oh. Ach, Feuer. Einen Schlüssel seh ich. You got the study key. Aha, und die Study-Tür haben wir auch schon gesehen eben. Oh Gott, wir sollen lucken. Dann lucken wir halt mal. Why did you leave me? You knew what was going on. This is all your fault. You invited him. You know so little of the real world. The sites I have partaken. Oh, how naive we all were so long ago. Stop, stop. This is not what I wanted. This life you cling to is a thread that draws you back into the chaos. You're unraveling, brother. And you don't even know it. Der König ist mehr mein Bruder, als du hast, Jeremiah. Ich wusste nicht. Wo ist Bethany? Wo ist die liebige Frau, Frau meiner? Die Schroo. Ich werde sicher, dass sie das kommt. Warum Bethany? Was hat sie gemacht? Vielleicht die Rat sollte auf dich auf dich als auch. Du kannst niemals verwendet es. Die Naun, die Tüterung. Ich war noch alive, you know. Ich konnte nicht schlafen, aber ich konnte es sicherlich fühlen. Oh Gott, das war wohl ein Gespräch zwischen Aaron und dem guten Jeremiah. Ja, mein Lieblingswort in diesem Gespräch war Hurenschwester. Wo ist die Hurenschwester Bethany? Na ja. Ja, Aaron hat wohl Jeremiah hier ein paar Vorwürfe gemacht. Allein schon wegen damals, als sie zu den Stehen steig gegangen sind. Das ging ja vom Jeremiah aus. Und seitdem haben sie ja diesen Fluch an der Hacke. Ja, und deshalb machte ich wohl Vorwürfe. Und auch, dass er uns jetzt eingeladen hat, quasi auf das Anwesen. Dann wurde kurz noch über Bethany gelästert. Ja, und dann hat er noch einen sonderbaren Satz gesagt. Und zwar, ähm, sei der König mehr sein Bruder als Jeremiah. Ganz komisch, wer mit... Ich frage mich, wer mit König gemeint ist. Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Hm. Irgendwas bahnt sich da wohl an. Aber gut, der gute Jeremiah ist ja jetzt bei Aaron... Auf Arons Ebene. Also tot. Von daher werden sie das jetzt wohl ausdiskutieren können. Wir schauen derweil mal weiter. Dann gehen wir doch jetzt mal hier in den Study Room. Okay. Was heißt der Weg hier zurück? Oder kann ich hier eine Abkürzung nehmen? Nein. Nicht. Okay. Oh, nicht anderes Schlimmes. Nein, nein, nein. Von hier kam ich her. Okay, sehr schön. Oh Gott, sind jetzt wieder diese fliegenden Köpfe da? Das wäre nicht so prall. Oh Gott. Da ist der Ataz. Hier noch. Bam. Komm schon weg hier. Go away. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Puh. Gerade so geschafft. Oh, zerstrecke ich immer wieder. Also gut, ich mache hier ein kleines Päuschen. Bis demnächst. Ciao, ciao.